Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Left 4 Dead 2. Wieder mit dabei ist natürlich der Kai. Hallöchen. Und wir sind immer noch beim Karneval. Yay, Karneval, yay. Beim Jahrmarkt. Ich muss dazu sagen, wir nehmen das Ganze gerade nochmal auf, weil die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, hat er irgendwie nicht aufgenommen. Und deswegen müssen wir jetzt alles nochmal machen. Aber jetzt wissen wir ja, was abgeht. Yeah, Adrenalin. Und die putzen auf Deutsch auch schon nicht gut. Ja. Hallo. Na klar, jetzt erwischt wieder mich. Ey, holt er sich ja den Hunter, Mann. Will ich doch, wie er ist. Ach, der Splitter gehört mir. Oh Mann, jetzt habe ich keinen Katana mehr. Echt? Nee. Gibt es den hier nicht? Keine Ahnung. Ist das eine Rohrbombe? Aber die nehmen wir mit? Ich glaube, das ist immer random. Ja, die kommt immer sehr selten, ne? Ich weiß es nicht. Ich höre schon wieder einen Clown. Da ist ein Clown. Ich habe ihn schon getötet. Ja, ja. Weil die locken mit ihren Quietscherschuhen die Zombies an. Ich höre schon hier so einen Rucksack. Ajo, Nick. Ey, Nick, wieder, ey. Weißt du, ich schieße keine Ahnung wie oft, weißt du. Interessiert ihn einfach nicht. Guck mal, hier ist eine M-M-Irgendwas. Der M-M? Hier die Waffe. Weiß. Meine Lieblingswaffe. War mal meine Lieblingswaffe in Kompetenarm zu werden. Aber ich habe immer sehr gerne mit gespielt. Da ist schon wieder so ein Quietscher-Clown. Wie sich das anhört, Alter. Komm, komm aufs Moneon. Den Clown. Ja, der hat immer so... Die Kitscher-Reusche, ey. Der war ne Geile. Ja, ja. Ich glaube, wenn du das zehnmal machst mit den Clowns, bekommt man ne Errungenschaft. Oh, oh. Alter, Nick. Na? Du kleiner Pisser. Alter. Nick geht mir so auf den Sack, ey. Der geht mir so auf den Sack. Ohne Scheiß. Hey, weiter geht's. Der Zombie-Schlacht. Hier ist ne Kettensäge, gell? Hey, heute lass ich's mal ruhig angehen. Aber die Axt nehme ich mit. Oh, ne Pistole? Ja, die ist von mir. Habe ich mir mal gemobst. Ja, aber mach ruhig. Ich brauch die Ene mehr. So, kurze Pinkelpause, Jungs. Genau, Pinkelpause. Kann man hier auch drin? Ne, war ja wieder klar. Oh. Oh, ja gut. Wenn man halt so blöd ist, darüber zu werfen, okay. Oh. Alter. Boah, ey, der dreht immer durch. Und Alice holt sich den Hunter. Sicher doch. Und Alice holt sich den Jockey noch. Richtig. Ja, ist okay. Ich fühl mich langsam echt ver... Warte, Clown! War nicht die Witch hier irgendwo in der Nähe? Ich weiß nur, das ist wie gesagt random eigentlich. Ach, die Witch ist auch random, ne? Ja, ja. Ach, die Dings müssen wir ja auch noch machen. Stimmt ja. Die Achterbahn. Ja, die kommt aber erst im nächsten Level. Er will jetzt erst mal das Karussell gleich. Ich hör doch schon wieder so ein ekliges Vieh. Ja. Er köstet nicht irgendwelche Viecher. Nein! Ich hab's schon... Nein! Oh, Mann! Krieg ich auch mal vielleicht irgendeinen Sondermob vielleicht? Oder will Nick vielleicht alleine spielen ohne uns? Oh! Nein! Oh, da war das scheiß Schild im Weg. Oh, du blödes Mistvieh. Ich bräuchte vielleicht auch mal Munition, ey. Ja, ich auch. Hier ist schon wieder irgendwo ein Clown. Ich hör den schon wieder quietschen. Was hat der Coach da? Guck, hörst du den quietschen? Ich hör den schon wieder quietschen. Ich überlege gerade, ob ich mir einfach eine andere Waffe nehme jetzt. Hier, die AK, weil die ist vollgeladen. Hier ist auch noch einer. Ich glaub, das ist ein Granatwerfer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Alter, die Waffe geht ja auf. Ich schwitze ganz, Alter. Da ist Munition. Fuck, wir hätten auch die andere behalten können. Ah, hilfe zu mir. Danke. Ah, nee, hast du mal keinen gekriegt, wa? Dick hat ihn wieder geholt. Warte, welche waren jetzt meine, die ich hatte? So. Warum? Wenn der Munition ist, weißt du. Das ist immer noch, äh... Man wird, dass man nicht visieren kann, ey. Da bin ich aber auch füssig. Naja, das ist ja kein Shooter. Oh, ne, hilfe, schnell hoch! Ah. Beinefresse! Der gehört mir. Ich heil mich mal. Oh! Ich hör doch schon wieder irgendein Dreck viel. Ja, 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 der kam auch gerade, der hört Clown schon. Als ob wir den Park gekauft hätten mit allen... Yeah, rutschen! Komm, wir rutschen. Oh, witch, witch, ich gönne witch. Uh! Wo ist die? Da rechts wahrscheinlich ist irgendwo. Ich geh mal gucken. Ah, auf der Treppe sitzt sie da hinten. Okay. Da, wo wir hin müssen. Nein, die Treppe hoch oder was? Jo. Oh, nein. Wer soll's auslösen? Gar niemand. Wir könnten dran vorbeilaufen. Ja, und Nick ruht sich den... Ja, und Nick ruht sich den... Wir laufen dran vorbei. Einfach den Rücken ihr zudrehen. Guck, alles gut. Oh, ich bin vorbei. Einer von den beiden löst sie wieder aus. Oh, sind beide durchgekommen? Wow! Ohne sie auszulösen, was passiert? Jo. Weil jetzt wieder alles in Klamm. Ich. Wolltest du dich nu? Klar war ich das. Ready? Ja. Ich muss ja erst mal die Nahkampfwaffe nehmen. Schnell durch! Alter. Abgestellt. Da ging ja voll easy. Was ist denn los? Ein Katana! Oh, Nick hat so schnell den Halterjohn. Ey, Nick geht mir so auf die Nerven, ne? Aber wenn wir das zu zweit machen sollten, nur ohne die beiden, würden wir ja nicht schaffen. Och, es geht. Ich meine, so viel steuern die halt auch nicht bei, wa? Ja, die können uns immer die, äh, die, äh, äh... Die klauen uns halt ständig die Kills. Das ist halt das Nervische. Ja, bei den Besonderen. Ach so. Oh, Nick hat wieder einen getroffen. Wow. Nick. Du bist echt der Beste. Auch in die Liebeshöhe. Ab in den Safe Room. Ja, Safe Room, ja. Ja, Nick bewegt dich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Nick gekillt hat. Ohne Scheiß. Guck dir das mal an. Ey, 139, ey. Aber ich war auch gut dabei mit 89. Jo, Alice, wieder, ne? Mmh. Oh. Ja, lol. Okay, Medikit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge ging. Ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, die war recht kurz, ne? Die war recht kurz. Was ist das? Da kann man sich gar nicht entscheiden, was für Waffen man sich holen will. Ich bin bei dir hier. Die ist geil. Okay. Ich höre doch schon wieder so einen Quietsche-Clown. Alter! Wie viele Clowns waren das denn gerade? Okay, warte mal. Es hat gerade geklingelt. Sekunde. Okay, gut. Äh, sorry für die kurze Unterbrechung. Hat gerade geklingelt bei mir. Hm? So. Heute ist echt so ein Tag. Heute will irgendwie jeder was von mir. Was muss er gefragt heute? Ständig klingelt das Telefon. Ständig klingelt es hier. Das ist echt nervig. Wo ist das? Aus der Schusslinie bleiben. Ich dachte gerade, hä. Boah, wie du mir den geklaut hast, ey. Frischheit. Klar, du hast den geklaut. Schäm dich. Du hast mir den geklaut. Klar. Hörst du nicht mehr hoffen. Oh. Sehr schön. Den hab ich. Oh, lass mal was. Ey, nicht frech werden. Nein, du hast vorhin sogar auch noch... So würde es waren... Der Hunter hast du noch geklaut. Ja, wow. Doch so viel. Ja. Coach, was du noch wieder denkst, ey. Ah, Smoker. Jetzt liegt es los hier mit dem... ...ganz besonderer Infizierten. Jetzt liegt es los, ja. Und der Nächste. Oh, hier, Booba. Jetzt, 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 jetzt ist Feierabend. Jetzt geht es ab hier. Jetzt bin ich warm gespielt. Jetzt kannst... Jetzt bist du warm gespielt. Jetzt, jetzt ab hier. Oh, Licht. Alleluja. Mach mir hier nicht so ein Koch. Sorry. Los, hier durch. Was hast du denn? Oh, jetzt. Oh, die holt sich aber alles jetzt nicht. Ja, so muss das sein, weil ich muss mich doch gegen Nick durchsetzen. Ja, Nick und Alice sind mir ein bisschen zu Pros, weißt du? Ja, die Hacken 100 pro. Äh. Scheiß-Hacker. Die hier, wo, 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 wo die Heide wackelt. Ich bräuchte mal neue Munition. Ja, ich bräuchte auch Munition. Ja, ich bräuchte auch Munition. Das war aber meiner. Die Mama ist am aufnehmen. Kannst du nicht einfach hier über den PC rennen. Wer? Mein Kater. Du, du musst uns heute die ganzen Haare entfernen, ja? Ja, ich hab halt Teppich sauber gemacht. Das ist halt ätzend mit Tieren. Du springst halt wieder in die Meute runter. Alles klar, ich spring auch mit. Oh, oh, schlechte Idee. Es brennt. Das ist noch meine Schuld. Mann, klau mir den nicht immer. Ja, ist okay, ey. Da ist ein Clown. Hau ihn auf die Nase. Hab schon. Oh, ne Witch. Ne Witch. Oh, die sitzt direkt da. Achtung. Wenn ihr die jetzt wieder aufschreckt, na Jungs? Ich nicht. Bin ganz ruhig. Auch Munition. Egal, ich hab mir schon eine neue Waffe genommen. So, also schön dran vorbeilaufen. Ganz easy. Oh, oh boy. So, jetzt kommt die Achterbahn. So. Kann ich? Jo. Oh, Mann. Oh, ich könnte jetzt nicht schweigen schon wieder. Guck dir das an, wie viele da kommen auf einmal. Mach hin! Schneller! Schnell! Oh, Mann. Shit, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Ja, ich bin auch gut. Ja, läuft. Geht's dir gut? Ja. Weiter. Ich muss mich verarzten, fuck. Es ist grad perfekt. Nein. Ich hasse dieses Level, ne? Aber richtig. Schnell, 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 schnell. Verarzt du dich, verarzt du dich, verarzt du dich. Okay. Wie weit bist du? Nein. Ich bin gleich da. Leute! Ich ruche, aber die anderen sind. Hopp. Hallo Nick, Alice. Ja, ich bin auch. Ja. Das interessiert die halt einfach nicht so, weißt du? Alter, Nick! Hallo! Lasst mich doch jetzt mal in Ruhe, ey. Egal, scheiß auf Muni. Versuch, weiterzukommen. Ich höre schon wieder eine Witch. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt gar nichts gebogen. Ich gehe einfach nur aus dem Tunnel raus und bin die Scheiße da abstellen. Ach, Alter. Ich hab's gleich. Gleich. Komm schon. Hör aus, die Scheiße. Nein. Nein. Alter, das war gerade echt hart an der Grenze, ey. Ja, aber wir haben es geschafft. Achtung, Hunter! Mach schnell, Alter! Sehr gut. Ja, gut. So, ich gehe weiter, bevor der Tank kommt, Alter. Ja. Weiter geht's. Guck ich... Nee, komm, komm, schnell. Der Safe Room ist da. Ich bin im Safe Room. Mir scheißegal. Kommt. Ich auch. Ich höre den... Hallo, Alice! Nein! Boah, Alter. Weil auf den Tank hatte ich jetzt echt mega null Bock. Ja, ich auch nicht. Ehrlich. Auf den hatte ich sowas von kein Bock. Gerade ohne Medipack und alles ist es halt echt kacke, ne? Oh, ein Dark-Kämpfer. Nice. Ich bin ja auch die Einzige mit einer Nahkampfwaffe, wa? So. Oh. Klein mal Medipack. Nein! Hast du nichts gemacht. So. Dann würde ich aber sagen, belassen wir das heute bei dieser Folge und nehmen gleich dann im Anschluss noch eine auf. Und dann dürfen wir auch mit dem Scheiß-Kack-Karneval hier endlich mal fertig sein. Gut, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall beim Kai vorbei. Ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Und lasst auf jeden Fall ein Like da und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Adios, Amigos. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau.